Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar ist das kein Plan bis mir, sondern wir öffnen heute mal wieder ein Happy Mail, eine Happy Mail vom Planer Body Club und ich entschuldige mich jetzt schon mal, dass das Ganze wieder in Deutsch, Englisch sein wird, einfach aus dem Grund, ich kann es nur einmal öffnen und Laura, Laura ist ihr Name, hat uns ein schönes Paket geschickt und sie soll natürlich auch verschicken. Ja, also das ist ein Planer Body Paket und da sind wieder viele schöne Sachen drin, wenn ich das mal so richtig fühle hier. Also ich freue mich drauf, ihr könnt euch ja mal anschauen, was hier alles so drin ist. Ja, Laura kommt aus den Niederlanden, das ist das Paket aus den Niederlanden, viel Spaß dabei. Okay, welcome everyone to this video. I'm going to open this Planer Body Package, Happy Mail von Laura from the Netherlands. And yeah, my excuse for having this video to be done in German and English, but I want Laura to understand what I'm talking about. That's why I always change from German to English in between. So my apologies, but hey, what's important is you can see what's inside this package. So let's open it. I don't want to destroy this. Ich möchte das Ganze hier gar nicht zerstören, aber irgendwie muss ich da mit den Fingern reinkommen. Ja. Laura, thank you so much. So here you see what's inside. I will open this in a bit. So, and this as well. So first of all, you see a package of washi tape. Yay. Some more washi tape for me. That's cool. So you see different washi tapes. All very thin. Pretty cool. Because that is what fits on top and bottom. Das passt oben und unten im Buch rein. Deswegen mag ich diese dünnen washi tapes besonders. Genau. Richtig. Und noch eine persönliche Notiz. Das mache ich mal zuerst auf. Oh, ist das schön. Thank you, Laura. Hi there, Planner Buddy. I wanted to thank you for the lovely idea of Planner Buddies. I think it's such a fun way to get planner supplies from another person and country. I hope you will enjoy the items I got for you. They are some of my favorites. I'm pretty sure I will, Laura. So, Laura, thanks so much for the personal note. It's always totally makes my day. Da freue ich mich immer richtig drüber, wenn so ein bisschen was Persönliches in den Paketen steckt. Weil das ist natürlich, ja, das ist auch, es macht einfach auch Spaß, das Ganze auszutauschen. Und nicht nur, es geht nicht nur darum, du gibst mir was, ich gebe dir was, sondern wir möchten euch natürlich auch eine Freude machen. Und so ist das Ganze auch gemeint. Es macht richtig Spaß. Und hier fängt schon an. Kleine Sticky Notes für den Planer. Superschön. Like, read this, remember this, do this, love it. Perfekt. Ja. Richtig schön. Und habe ich noch nie gesehen, da freue ich mich riesig drüber, hier noch mehr. So richtig schöne Sticky Notes, alle mit diesen kleinen Ankern, Herzchen, richtig schöne Sachen dabei. Ja, und ihr seht hier schon ein richtig großer Fundus. Ganz tolle Sachen. Kleine, einfach kleine Aufkleber für alle möglichen Gelegenheiten, ob Shopping oder Geburtstag oder irgendwas, was handwerklich ist, was gemacht werden muss. Haus, Familie, Haus, all diese Dinge. Und ein Alphabet. Ja, schön. Richtig schön, gut. Und was Spezielles, richtig schön. Ja, vielleicht so für Hochzeit und sowas. Richtig schöne Sachen. Hier auch. 3D Sticker. Ja, das wird ein Highlight in meinem Planer. This will be a totally highlight in my planer, Laura. Thank you for them. I totally love these 3D stamps here. Totally cute. So, here we have more Sticker Sheets. So, wieder mit diesen schönen Ankern und richtig passend zum Rest. Und hier ebenfalls. Das ist richtig schön. Ja, das gefällt mir sehr gut. Ich kann mal schon richtig sehen, wie ich das Ganze aufklebe. Vor allen Dingen, ich finde das so toll, dass das Washi Tape, the Washi Tape totally fits to the Stickers. So, yeah. I see me decorating. I'm not sure I will give away so much from these things. I'm sorry, guys. You know, the Planner Body Club is also, not just, but also to exchange. Viele Sachen davon behalte ich natürlich selber für meinen eigenen Planer immer wieder zum Dekorieren. Und ich freue mich da immer riesig drüber. Aber einige, natürlich, dafür ist der Planner Body Club gedacht, wird ausgetauscht. Das heißt, wir möchten euch natürlich auch Sachen aus der ganzen Welt zukommen lassen. Und das heißt, dass ihr durchaus, ja, vielleicht das ein oder andere in eurem Planner Body Paket finden könnt. Ihr seht immer diese ganzen wunderschönen Sachen hier. Die gibt es nirgendwo auf der Welt. Beziehungsweise es gibt sie irgendwo, aber wahrscheinlich nicht da, wo ihr gerade herkommt. Sondern ihr kommt gerade aus den Niederlanden. Dann hättet ihr Glück und könnt vielleicht diese Sachen finden. Ansonsten gibt es die nur von Laura, ja. Und das ist das Schöne daran. Und wenn ihr bei unserem Planner Body Club mitmacht, bekommt ihr nicht nur eine exklusive Kollektion, sondern natürlich auch von all diesen schönen Sachen und Washi Tapes und Stempeln und all diese schönen Sachen, die ich hier immer zugeschickt kriege, bekommt ihr etwas ab. Ja, jetzt gucke ich doch mal glatt hier rein. So, this is about exchanging things. So, you may get something of these supplies you see here. They are from all over the world. We have friends in the Netherlands, in Canada, in the US of course, and in Australia. So, these things are from everywhere in the world. And that means when you get a package from us, it's not just a package, but it has an exclusive collection on the one hand. And on the other hand, it has all of these things, not all, but a few of these things included, which are just for you, just in your Planner Body Package. And you will get them anywhere. Most probably, not many of them will be in your region. And that's what makes the Planner Body Package so interesting. So, there might be something included from the Netherlands, something from the United States, and the next from, you know, from Germany. Who knows? So, that's why the Planner Body Package is so interesting. So, jetzt wollen wir noch mal schnell hier reinschauen, was Laura uns da noch in Bonbon hinterlassen hat. Oh ja, richtig schöne rosa Stifte noch. Perfekt, ja, und schaut mal, die passen doch direkt mal zu den anderen pastellfarbenen Stiften. Schön, freue ich mich drüber. Das ist etwas exklusives, was man nicht immer bekommt. Und hier ist auch noch was drin. Happy Day. Und noch was. Oh, ist das schön? Richtig was Schönes für meinen Planner. Was ganz Exklusives. Ja, vielen, vielen Dank, Laura. Thank you so much. I'm totally happy with this. I hope you like my Planner Charms as much as I do. I totally do. Thank you. These are mine, definitely. They go into my Planner. Laura, thank you so much. Ich hoffe, ihr alle habt dieses Video genossen. Es macht euch Spaß anzuschauen, was es alles bei uns gibt, was es für verschiedene Sachen es gibt. Und ich freue mich darauf, wenn ihr auch mitmacht. Schaut einfach auf unserer Webseite vorbei. Tragt euch in unsere Liste ein. Dann bekommt ihr unsere Adresse zugeschickt. Schickt uns euer Paket. Ja, und schon kann es losgehen. Sobald es angekommen ist, das Erste, was ich jetzt mache, Laura wird heute noch oder spätestens morgen ihr Paket bekommen und kann sich schon bald über ein exklusives Planner-Buddy-Paket freuen, was es nirgendwo anders gibt. Bis zum Nächsten. Tschüss.